Let's do this! Cuphead. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Stil. Allein jetzt schon. Allein das. Und nur um es vorauszusagen, ich habe mir schon ein bisschen was davon angeguckt, an manchen Stellen. Aber ich habe es noch nie selber gespielt. Once upon a time, in a magical place called Inquell Isle, there were two brothers named Cuphead and Mugman. Mugman und Cuphead. Cup-Mug-Mugman und Mug-Cup. They live without care and under a watchful eye of the wise elder Kettle. Bestimmt ein Dauerraucher. One day the two boys went far from home and despite the elder Kettle many warnings ended up in the wrong side of the tracks and entered the devil's casino. Ja, heutzutage wäre sowas gar nicht möglich. Höchstwahrscheinlich hätte der Typ nicht mal eine Baugenehmigung bekommen. Aber es ist der Teufel. Also, was... Ne. Inside Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the craps table. Hot dang! Explained King Dice and Casinos' lazy manager. These fellas can't lose. Nice run, boys. Laughed the newcomer. The neighbor... The brother... Lass den Rage beginnen. Pfff. Ja, super. This is gonna be fun. How about we raise the stakes? He's the... He suggests with a Tooney grin. Win one more role and all loot in the casino is yours. The devil boomed. But if you lose, I will have your souls. Deal. Cuphead denkt sich nur... Oh, geil! Geht! Alter, Mugman... Oh, shit, man. Allein dieses Image, ey. Weißt du? Der Teufel dreht jetzt schon durch. Cuphead... Cuphead denkt sich... Oh, shit, geil, geht! Mugman, oh, ne? Cuphead blinded him by easy riches. Knob then grabbed the dice for a throw. God gosh, Cuphead, no! Cried Mugman for a understood the danger. But it was too late. Snake eyes left the devil while slamming the floor. You lose! The brothers troubled in fear as he loomed over them. How about those souls? The brothers planted for their every lives. There must be another way to repay you, Mugman's temperate. Yes, please, mister. Cuphead added. Mmm, perhaps there is. The devil snickers, pulling out of the patchment... P-p-patchmentant? I have their list of men runaway depeters. Collect their souls for me and I might pardon you two mugs. Now get going! The devil wrote, kicking out the boys on the most rudely. You'll have till midnight tomorrow. Collect every one of those souls. Oh, I saw the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly fighting it and ran away as fast as they could. Come, Mug! P-panded Cuphead. We have to fight another cat and he knows what to do. Ja, super. Opa weiß immer Bescheid. Oh mein Gott. Let's get Cuphead for PC. Deswegen spiele ich sie auf dem PC. Auch Vivi, ich kann auch dazukommen. Das ist nicht das Problem. In fact, give me a second. Gürken, Gürken! Ja gut, dann komme ich jetzt doch dazu. Ich dachte, du wärst irgendwie länger weg oder so. Ne, ne, ich war gerade essen. Deswegen habe ich die Nachricht nicht gelesen. What a fine pickle, you boys have gotten yourself into. I know you don't want to be pawns of a devil. Äh, Opa, ich möchte nichts trinken, was aus deinem Kopf kam. Das ist, scheint mir sehr disgusting. Ich habe die Potion, so ich werde nicht auf dich drehen. Wir haben dir die wichtigsten magischen Abilitäten gegeben. Ich bin gut, die Tester, benutze den magischen Inkwell da. Du musst dich dafür vorbereiten, um zu schlafen. Oh, das spielt so schön. Äh, ich finde die ganzen Aktionen von dem Charakter noch so niedlich. Ja, es sieht so süß aus. Hey, Takato. Y für Dash. Kann ich das umsetzen? Das ist... Warte mal. Äh, Options, Controls. What? Ähm, kann ich den Dash? Warte mal. Dash. Äh, Replace. Press Enter the Zone. What? What? I'm the Tutorial. Ich will doch nur das Ding umändern. Dash. The right trigger, ja. Right trigger ist ganz gut dafür. Nee, warte mal. Warte mal. Warte, mach das anders. Ich glaube, das geht sogar besser. Äh, Shoot. Und so. Replace. Und dann Dash. Machen wir denn da drauf. Ich glaube, das ist besser für meine Finger. Und warte mal. Gibt doch auch hier EX-Shot. Okay, da können wir uns später drum kümmern. Okay, jetzt kann ich nämlich mit der Schultertaste schießen. Das macht es um einiges leichter. Ja doch. Wenn du mit Controller spielst sowieso. Oh ja, so. Das macht das Ganze echt um einiges einfacher. Zumal der Dash dann auch um einiges besser läuft. Ja, sonst kriegt man so einen Knoten in den Fingern bei dem ganzen Kram. Okay, now I fucked myself. Äh, warte mal. Also, das ist ja so. Das Problem ist, ich kann nicht locken und dann stillstehen. Warte mal. Bear with me for this. Das ist gerade noch important. Ähm, Lock. Ersetzen wir das mal durch... Was anderes. Durch den hier. It's already in place. What? LB? Was ist denn LB? Takato! Danke dir fürs Followen! Ach, das ist Switch Weapon. Ah. Okay, warte mal. Dann machen wir das anders. Dann machen wir... Machen wir Lock. Da. B ist already... Wieso ist B already in your... Ach, EX-Shot ist da. Warte mal. Dann machen wir das ganz anders. Let's make this completely different. Das machen wir so. Ah, ist total confusing. Switch Weapon ist das. Und dann machen wir das jetzt auch mit B. Okay. Okay. I'm the support freed. I'm the support freed. I'm the support freed. I'm the... I'm the... Ai, ai, ai. Okay. Slappen is easy. Slappen. Ja, okay. Ich habe leider keinen zweiten Player. Also von daher... Muss ich das alleine machen. Ach. Okay. So geht das. It's a coin. Mhm. Okay. Sollte machbar sein. Ich finde es aber gut, dass man sich den Controller hier so einstellen kann, wie man will. Ja doch, wäre anders ein bisschen komisch gewesen. Ja, also mit dem Default bin ich nicht ganz einverstanden. Ich weiß auch nicht, das wäre irgendwie... Wat? Codierung über... Sei ruhig spielen. Sei ruhig PC. Oh Gott, was bist du denn? Ist mein PC überlastet? Nö, mein PC ist cool. Okay. This is the same way I always get into trouble. Runnin', jumpin', shootin'. But now I prefer to just stroll around and go to the pictures. Hey, let me give you a hand, take this. Oh shit, Geld! Oh shit, gratis Geld! Kann ich mir damit schon irgendwas kaufen? Welcome! Gottes Willen! Smoke Bomb. Okay, ich habe gehört, die Smoke Bomb soll unglaublich broken sein. Schlicht und ergreifend, weil du damit hier Projektilen ausweichen kannst, weil dein Dash uns da genau reinballert. You, 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 you need a Dash. You're gonna equip those new purchases, eh. I want to use them. Okay, good God, Bumps. Good boy. Good boy. Ah. Der Typ hat so eine intimidating voice, ey, das ist unglaublich. Es ist halt ein großes Schwein, was erwartest du. Und er hat einen Schnauzer. Forest Follies. Okay, erstes Level. Oh golly. Oh golly. And begin! Ähm, Teilzeit Gamer, äh, könnt ihr schon machen, aber das, äh, ich will jetzt hier nicht während des Streams die ganze Zeit hardcore chatten. Also wenn es was wichtiges ist, dann gerne. Aber ich bin hier nebenbei auch noch ein bisschen was am machen, deswegen, äh, nicht so nach dem Motto einfach die ganze Zeit so chitchat, ne? Das Problem ist, mein PC sagt mir die ganze Zeit, irgendwas mit der Codierung ist nicht in Ordnung. Deswegen bin ich da, hab ich da dauernd am Gucken und frisst Schaden. Plopp. Puff. Pfff. Okay. Da gewöhnen wir uns noch dran. Ponk. Ponk. Okay, jetzt aber. Kapuf. Ja, ich hab Schiss, dass die ganze Zeit mit meinem PC irgendwas ist. Sollen wir eigentlich einen DevCon da machen? Das macht das Spiel an sich schon. Ach echt? Oh cool. Der zeigt dir irgendwo, kommst du später zu so einem Gebiet, Foto mit so einem Typen schnacken kannst, der dir das sagt, wie scheiße du bist. Oh nett. Irgend so was in der Art. Ich glaub bei dem Spiel Zero Devs kann man eh knicken. Ja, doch ein bisschen. Also vielleicht, wenn man das schon mal gespielt hat und man kennt sich da in dem ganzen Spiel schon aus und kennt die ganzen Bossfalls, der kann man das bestimmt ohne Tode spielen, aber ich glaub wenn man das Spiel noch nicht ganz kennt, der kann man das echt knicken. Ich komm nicht an die Münze ran, das macht mich voll deprimierend. Äh, du musst den parryen den Dings. Das rosa. Echt? Den kann ich parryen? Alles was rosa ist, kannst du parryen, glaub ich. Flunk. Den Ball? Tatsache, den Ball kann ich parryen. Ja, alles was pink ist, ist parrybar. Das ist noch ne Münze. Even more Mad Casio. Daran, das wird tricky stuff. Okay. Alter, Acorn Maker? Ach nee. Pff, ich wollte da durchdashen. Scheiße. Hi Shy Gamer und hi Butter Junge. Hey Lumias. Ich sag ja, we are in for some trouble. Aber das kriegen wir schon hin. Diese Run & Gun Level kann man ohne einen einzigen Schuss schaffen. Viel Spaß damit. Ich weiß, es gibt Pazifisten Modus. Ich frag mich, ob es da für ein Achievement gibt. Gibt es. Shit, bruh. Gibt es tatsächlich. Aber ich glaub nicht, dass ich das jetzt machen sollte. Ich komm ja grad mal so klar hier. Beziehungsweise ich komm nicht mal so klar. Du musst dann echt aufpassen, wo man hinläuft. You need to be careful. Im Gegensatz zu dem, was ich bin. Okay. Und da ist so ein kleiner Propeller auf der Plattform. Warum auch immer. Flunk. Okay. Okay. Nein. Ich wollte doch parryen. Jetzt geht... Hallo? Du Kack-Buhn. Das... 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 Das is gonna be fun. Mein Ehe ist kein Problem. Da zieh ich hin und wieder mal nach oben. Schießt die Eichel ab und das war's. So, aber jetzt der Punkt hier. Machen wir uns das doch einfach. Why don't we? Ja, ja. Mach doch, mach doch. Komm. Puff. Oh fuck. Okay. Puff. Jetzt nur nicht... Bäh. Aha. Bravo. Geht doch. Easy. Zero Deaths. Oh. Wow. Wieso sind die Soundeffekte hier in dem... in den Resort-Screen so laut? Solltest du... Solltest du richtig nicht celebraten, Alter. Echt mal. Kapit! Rose of the Ooze. Goopy the Great. What? Das ist... Das ist ein Boss? Ich seh da nur einen Baum. Äh, immer wenn da ein Name bei ist, dann ist es ein Boss. The Root Pack in Botanic Panic. Alter, das ist so cool. Ich muss mal kurz noch wegen dem Audio gucken. Okay, das... Das sollte reinhauen. Okay, versuchen wir mal Botanic Panic. Erster Boss, wa? Sekunde, es ist jetzt... Jetzt ist die Musik zu laut. Okay. Okay. Es ist eine... Kartoffel. Die Würmer... Okay. Slap. Oh shit. Hehehe. Ah ja, die Würmer kannst du auch parryen, ne? Ja, das hab ich gerade. Ist das... Ist das... It's just a fucking onion. Ach du Sche... Äh! Ich hoffe zu heulen! Hué! Hué! Ne Psycho-Karotte. Okay. Okay, seine Mini-Karotten kann ich abschießen. Okay. Was... Jesus! Psycho-Kinese! Psycho-Kinesis. Also diese Karotte setzt einfach mal Psycho-Kinese ein. Wann sagst du das mal in deinem Leben? Fuck. Okay. Would you please die? Hi! Was auf dem Sack hinten steht? Acme. Das war doch auch immer bei Looney-Tunes, oder? Ja, das ist Acme. Ja, stimmt. Okay, das war der erste Boss. Okay, bei dir ging das echt easy. Holy shit. Ich bin... Wurde einmal getroffen. A knockout! A knockout! A minus. Damit kann ich leben. Das wird zwar sehr schnell wahrscheinlich sich sehr schnell ändern. Cupid! The Root Pack. Ach, guck mal einer. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, das Audio-Mix-up ist kaputt. Weiß auch nicht. Okay. Manchmal sind die Sound-Effekte zu laut, manchmal sind sie zu leise. Ribby and Croaks. Clip-Joint Calamity. Klingt nach Spaß. Was... Was bist du für einer? Bist du... Bist du... Bist du... Bist du... Bist du... Bist du... als nächstes? Den da unten oder den da oben? The money is gathering money. Kann ich da lang? Sieht aus, als ob ich hier lang... Ich kann hier lang. Sri Lanka. Krieg ich sogar einen achievement dafür. Hier ist ein Level, hier ist eine lebende Axt. Oh ja, sieht ein bisschen kaputt aus. Okay. Und das ist das. Kegnekarnation. Floral Fury. Sag das dreimal schnell hintereinander. Floral... Floral Fury. Floral Fury. Floral Fury. Floral Fury. Ach, leck mich doch. Roos of an Ooze. Komm. Wann machen wir damit? Ich finde die Titel so lustig. Das ist Slime! Das ist Slime! Was sagt hier fucking Square Enix dazu? Die finden das bestimmt nicht witzig. Ja, 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 ja. Okay. Jesus! Ich überschätze die ganze Zeit meinen Dash. Der ist nicht so cool. Hä? Ach du Scheiße. Was ist da... Was ist das denn? Alter, der erinnert mich von... Ach du... Ist das... Oh mein Gott! I ain't some slime bringing pain! What bunch of the time! Alter, ich wurde von dem Slime verprügelt! Ähm... Ich glaube unter diesen Boxschlag von ihm mit diesen roten Boxhandschuhen kann sich drunter durchducken. Okay. Bin mir aber unsicher. Ich versuch's gleich mal. Also da drunter nicht. Das sah mir zu hoch aus. Ne, ne das am Anfang nicht. Aber das... Äh... Ich glaub das zweite. Oh fuck. Ich glaub das konnte man ducken. Ah shit! Ich dachte der springt dann über mich. Du Sackiger! Uh... Diese Faces von den Typen. Die sind so geil. Ja echt, im Grunde ist das Ding total adorable. Wenn er denn groß wird, ist er weniger adorable. Ja, dann hat er Augenbrauen. Das ist der Wiley. Okay, versuch's mal. Ja, kann ich tatsächlich. Ich kann mich darunter durchducken. Neat. Fuck. Fuck. Okay. Bist du tot? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh shit. What the... No anger is a grave. Alter. Was zur Hölle? Und das Ding slidet in die ganze Zeit durch die Gegend. Alter. Oh fuck. He knows what to do. Oh fuck. Knockout! Yes! Wow, easy. Second Boss. Defeat. The Feat. The Feat. Das Game soll schwer sein? Speedrun. Wo soll denn das Game schwer sein? Okay, B-. Jetzt, ja. Also ich hab da aber auch schon Leute gesehen, die haben sich schlecht angestellt. Kapit! Ja man! I'm Mr. King Nice. I'm Mr. King Nice. Ey, das liegt hier nicht aus. Das ist cool. Das ist so nice, ey. So. Jetzt. On point. Clip Joint Calamity. Okay. Calamity Trigger. Calamity Trigger. Calamity Trigger. Trigger. Frösche? Okay. Frecks. Ja. Ihr schießt komische Fliegen. Hi Life Force. Was? Während der andere nichts macht? Der schießt da Dukens. Okay. Das sind die Quatsch-Youtube-Brüder. Die Quatsch-Youtube. Okay. Der eine spuckt Feuerfliegen. Was? Das fällt mir jetzt auf. Der spuckt Feuerfliegen. Fireflies. Are you fucking serious? I cannot believe your eyes. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen zu offensichtlich, Kumpel. Claimed. Okay. Claimed. Wow. Was sind das denn? Was? Achter. Vor allem, was ist mit dem einen los? Welchen? Wobei? Alter, der eine ist ja häufigst normal, aber der andere macht ja einen fucking Ventilator. Ich weiß nicht, wen ich von dir zuerst angreifen soll. Ich glaub, das... Okay. Ich glaub, war das nicht so... Nee, ich glaub, die teilen sich auch... Die teilen sich die HP, glaub ich. Oh. Okay, slap die Maschine. Also das slap die Maschine. Ich hab grad die Maschine geslappt. Okay. Ey, diese... Die Slap-Maschine. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Das ist platforming. Platforming. First day. Ja, geslappt. Get slapped, bitch. Frosch? Okay, mehr platforming. Ah, dammit. I can live with that. Oh Gott, das wird jetzt schnell. Knock out. Alter. Alter, was ist denn hier los? Vor dem Run, man. Soll das Spiel schwer sein? Was ist hier los? Also ich glaub, bist du gut. I got the skills. Wieso null Parries? Ich hab doch sein... Sein Dings geslappt. Zählt das nicht? Ich glaub, damit, äh... Das... Das war ja ein nötiger Parry, den du machen musstest. Ich glaub, da bezieht sich das auf die, äh... Hier optionalen Parries. Wie zum Beispiel diese Fäuste. Ach so. Ja, ich... Ich bin mir immer noch zu unsicher, was ich tatsächlich parryen kann und was nicht. Ich weiß, dass es von der... Alles was pink ist. Ja, alles was pink ist. Das ist schon klar. Nur, ich hab immer die Befürchtung, dass das auf einmal doch nicht ist. Ne, ne, also alles was in diesem Knall pink ist, kannst du parryen. Das ist in den normalen, äh, Levels als auch bei den Bossen. Hau einfach drauf. Hau einfach drauf. Oh, warte, du bist echt. Ich hab dich mit einem all-parry-move geholfen. Oh, du hast hier geschlafen. Nur mal so, ist das ein Fisch, der fischt? Ja. Das scheint mir relativ illegal. Egal. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie ist das... Irgendwie ist das pervers. Okay, warte mal. Geister? Mausoleum? Ach so, da musst du die Geister einfach nur hauen. Und die dürfen nicht zum Topf kommen. Oh. Simple. Okay. Na, I wouldn't chase them. Slap them, ghosts. I will slap them. Slap them across the knee. Okay. Slap them, äh, goatee, goatee. Slap them across the face. Ahuhuhu. Alter, die sehen voll süß aus. Und der... Ahuhu. Der eine... Der rechte sieht aus wie ich, wenn ich morgens zur Arbeit geh. Ne, 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 ne. Oh shit. Und... Slap. Und slap. Jetzt... Geht's leer. Okay. Oh, das Zugucken macht so Spaß, Alter. Die sind voll gaylau. Ist das ein kleiner Opa-Geist? Da hat sie sogar ein Hütchen. Oh, wie süß. Klein Opa-Geist. Ich würde die ja gerne länger beobachten, weil ich finde die knuffig. Ah, herrlich. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Mausoleum über die Ingrid Isle. Ich spiele nur... Ich bin nur noch... Ich habe zwei Action Reports? Scheiße. Die Magik ist hier nicht. Und auf einmal bricht das gesamte Mausoleum zusammen. You unlocked the new Super. Die Maier muss forget, die Magikisträfte werden müssen an das Mediode bevor use sein. Okay. Und das Super? Super hart. A devastating attack spilt von deiner Hände. Horositing attack ground and air. Okay. Und da was habe ich das denn jetzt gestellt? Warte mal. Ich habe sogar drei. Shit, bro. Wo habe ich denn Supermove? Switch Weapon ist Left Bumper. EX Shoot, das weiß ich ja. Wo ist denn... Supermove ist... Oh Gott. EX Move ist ja der andere. Hm? Ich habe Lock, Dash, Switch Weapon, Shoot. Aber nix von Supermove. Oh, werde ich mir wohl währenddessen beibringen müssen. Okay. Wo... Dich haben wir tot, dich haben wir tot. Was ist hier oben? Was bist du? What's that? The door of my plane like I do? Ha! You're not sitting on me, Cockpit. Stay on your floor. Blue Plants. What? Aeroplane Blueprint. Ach du Scheiße. Aha. Och, wie süß. LT? Achso, weil ich keinen Mieter habe. Ich kann trotzdem parryen? Oh. Offenbar ist auch mein Stream... Ja. Das ist ja wunderbar. Gut, dass ich das Ganze aufnehme und dann irgendwann hochladen kann. Danke dir. Fucking Internet. You fuck. Warte mal. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. This is fucking bullshit. Wieso passiert das immer dann, wenn ich streamen will? Also nebenbei. Das darf jetzt auch gern wieder weggehen. Das wäre echt Knöfte. Ah, cool. Ah, ja. Jetzt natürlich habe ich begriffen, dass mein Internet weg ist. Danke, Discord. Hast du früh bemerkt? Okay, das macht auch meine Hitbox kleiner, so wie es aussieht. Gina, geht rein. Die sind... Nee. Okay, offenbar ist Verbindung getrennt worden. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich den Rest hinkriege. Dass der Stream auch wieder läuft. Oh, alles gut. Ich habe den Leuten schon gesagt, dass es wahrscheinlich ein DC ist. Ich wäre nur froh, wenn er jetzt tatsächlich mal starten würde. Verbindung getrennt, wiederherstellt. Ich habe doch gerade den Stream neu gestartet, du dummes Drecksprogramm. Way to piss me off. Verbindung getrennt. Jetzt sagen wir nicht, ich muss komplett Discord neu starten. Nee, das ist... Ja, wow. Next Level mir auf den Piss gehen, würde ich sagen.